An einem Sonntagnachmittag im Winter 1936 beschloss Margarete Hegewald, kein Kind mehr zu sein. Vor dem Spiegel im Nähzimmer machte sie Inventur. Der Faltenrock musste weg, die Kniestrümpfe und die Strickjacke, vor allem aber die Zöpfe. Den Rest hatte man wohl hinzunehmen, der Nasenrücken war ein wenig zu breit, das Kinn ein wenig zu herrisch. Dafür waren ihre grauen Augen schön, das sagten alle. Sie lockerte den rechten Zopf, den Mutti heute früh viel zu straff gebunden hatte und hielt ihn so, dass ihr das Haar in einem weichen Bogen über das Ohr fiel. Mit kurzen Haaren und einer leichten Welle sähe sie aus wie die große Schwester von Waltraud, ihrer Banknachbarin in der Schule, und die war schon 20. Neben ihr, auf Muttis Nähmaschine, lag dunkelgrün und genobbt ein Stück Wollstoff, ihr Weihnachtsgeschenk. Er war bereits zugeschnitten nach einem Schnittmuster, das sie sich selbst ausgesucht hatte. Wenn Mutti den Saum tief genug ansetzte, sähe das Kleid richtig erwachsen aus. Elegant. Und dazu trug man keine Zöpfe. Sie erholte tief Atem. Sie liebte dieses Zimmer, in das eigentlich niemand hinein durfte, vor allem Vater nicht. Sie liebte den Duft der Bügelwäsche, die neben der Tür im Korb lag. Und sie liebte den Mannshohenspiegel, der ihr zeigte, wie andere sie sahen. Margarete griff zu der Schere, die auf dem Tisch neben der Nähmaschine lag. Gretel, wo bleibst du denn, Kind? Mutti stand in der Tür. Dein Vater hat schon nach dir gerufen. Nenn mich nicht Kind. Und Vater kann rufen, bis er schwarz wird. Sie drehte sich um. Mutti schlug sich die Hand vor den Mund. Was hast du getan, flüsterte sie. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Margarete lief durch den dunklen Flur, in dem es nach Sauerkraut roch und blieb in der Tür zum Wohnzimmer stehen. Sie wusste, was sie erwartete. Eine Standpauke, wenn nicht gar Schlimmeres. Hugo Hegewald saß wie so oft im Sessel, las die Beine von sich gestreckt in der Zeitung und paffte eine Zigarre. Er stammte aus Straßburg und bildete sich etwas auf seine Lebensart ein, war aber als Finanzbeamter in Stendal nur eine ganz kleine Nummer. Erst recht in der Partei, was ihn besonders wurmte, weil er dort Karriere machen wollte. Was stehst du da rum? Deutete er auf den Hocker vor der Vitrine. Setz dich, ich habe mit dir zu reden. Ich möchte bloß wissen, wer dir solche Flausen in den Kopf gesetzt hat. Wenn du ein Junge wärst, könnte ich das ja noch verstehen, aber so. Er blätterte geräuschvoll um, ohne von der Zeitung aufzublicken. Weitere Schuljahre sind Zeitverschwendung. Wenn du Glück hast, heirate dich jemand, dafür braucht man keine höhere Bildung. Heiraten? Wovon redete er bloß? Hörst du mir überhaupt zu? Endlich sah ihr Vater auf. Margarete hielt die Luft an. Nein, sie würde den Blick nicht senken. Nein, sie würde nicht klein beigeben. Sie hob das Kinn. Was glotzt du so? Konzentrier dich gefälligst, wenn ich mit dir spreche. Kaum zu glauben, dass deine Lehrerin dich bis zum Abitur auf der Schule lassen will. Margarete starrte ihm sekundenlang ins Gesicht, dass ich zu rüten begann. Und dann hätte sie beinahe gelacht. Darum ging es also. Fräulein Tänzer hatte Vater wieder einmal von ihrer Begabung vorgeschwärmt. Und sie hätte der Lehrerin gleich sagen können, dass er auf diesem Ohr taub war. Außerdem wirst du zu Hause gebraucht. Schluss der Debatte. Das sagte er immer, wenn er etwas entschieden hatte. Selbst wenn es niemand gewagt hatte, ihm zu widersprechen. Und was hast du überhaupt mit deinen Haaren gemacht? Du siehst aus wie einer aus der Gosse. Morgen möchte ich dich mit einem vernünftigen Haarschnitt sehen. Ja, Vater, sagte sie und versuchte nicht allzu erleichtert auszusehen. Vielen Dank.